Ihre Beweisführung ist mangelhaft. Deswegen werde ich eine Anklage wegen Vergewaltigung abweisen müssen. Und? Zufrieden? Wenn du da rausmarschierst, pass auf deinen Arsch auf. Ruhe im Gerichtssaal! Schön auf, Mann. Alles in Ordnung. Ruhe! Das Lachen wird dir schon noch vergehen. Man wird nicht Polizist, um zu dienen und zu beschützen. Wer das glaubt, ist ein Idiot. Man tut es, damit man respektiert wird, weil die einem eine Kanone und eine Dienstmarke geben. Die meisten respektieren die Dienstmarke. Aber jeder respektiert die Waffe. Wen hat's diesmal erwischt? Jonathan Van Leighton. Saß wegen Vergewaltigung. Wurde letzte Woche aber freigesprochen. Da hatte wohl noch einer eine Rechnung offen mit ihm. Schon wieder wurde ein Verbrecher erschossen. Wir werden schon rausfinden, wer das war. Verleite ihm einen Arten. Er wird wieder töten. Du weißt es. Und ich weiß es. Das könnte euch den Kopf kosten, wenn ihr diesen Fall übernehmt. Wollt ihr das riskieren? Ja. Nichts gegen eine kleine Schießerei, solange es die Richtigen trifft. Wollt ihr das? Ja. 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 Vielen Dank.